Hallo. Hallo ich bin das lustige Känguru. Müde. So, ja, da sind wir wieder. Das komische Gnome, die zwingt mich immer noch mitten in der Nacht aufzunehmen. Es ist 4 Uhr 3. Er meinte, er müsste einfach bald zur Arbeit. Und ich bin tot. Ganz ehrlich, wir könnten quasi durchmachen und wir nehmen auf bevor ich ins Bett gehe. Und wenn du aufstehst. Das würde dann deutlich besser funktionieren. Hä? Das könnten wir eigentlich wirklich machen. Aber ich glaube, damit würde ich meinen Nachbarn noch mehr auf den Kranz gehen, als ich es ohnehin schon tue. Naja, ich müsste doch mal anfangen früher ins Bett zu gehen. Das war heute echt nicht erst total. Aber ich habe schon wieder viel zu lange... Da hinten ist übrigens ein Vogel mit der... Ne, doch eine Schere. Warte mal. Warte mal, komm mal wieder zurück. Du kannst doch mit Tieren reden. Red doch bitte mal mit diesem Krebs hier. Er heißt Schere. Hier, da am Busch. Da, die Szene. Hä? Da, hier, bei mir. Hier, der Krebs. Geh mal mit da. Schere. Faszinierend, was? Ein Körper, der an einem verlassenen Strand angespürt wird. Wer war er? Was ist ihm zugestoßen? War er Freund oder Feind? Euch gehen tausend Fragen durch den Kopf. Oh, ihr habt wirklich Glück, denn ich erfasse... He, kapiert. Die Situation sehr gut. Haha. Erzählt mir von euch. Meine Freunde, wenn ich welche hätte, würden mich Greifer nennen. Wieso heißt er dann Schere? Wirklich schade, dass es hier nicht viele Freunde gibt. Ich bin nämlich fröhlich, dynamisch und optimistisch. Wenn ihr euch mal unterhalten wollt, ganz egal worüber, dann findet ihr mich an diesem Strand meinem Zuhause. Der gute alte Greifer mag nichts lieber als Geschichten, Anekdoten, Ideen und Meinungen auszutauschen. Was wisst ihr über diese Leiche? Was ich weiß? Alles. Ich habe es von Anfang bis Ende beobachtet. Also fragt, stellt eure Fragen. Wer war dieser Mann? Seinen Namen kenne ich nicht. Aber er war ein sehr erfahrener Perlentaucher. Doch ein paar Perlen pro Tag reichten ihm nicht. Er wurde reich werden. Besser als die anderen Tauchern zu sehr. Wie ist das passiert? Oh, ich bin so froh, dass sie fragten. Jetzt wird es interessant. Er sprach, sprach mit diesem Wächterstatuen oben auf der Klippe. Wir füllen euch einen Wunsch, sagten sie. Er erwiderte, ich will schwimmen wie ein Fisch. Tada, jetzt könnt ihr unter Wasser atmen, sagten sie. Also taucht er ab, immer tiefer und tiefer. Ich glaube, die haben ihn reingelegt. Wann ist das passiert? Das weiß ich nicht ganz sicher. Gestern genoss ich gerade die Nachmittagssonne, als ich ein merkwürdiges Ski Plätscher hörte. Ich sage euch nur, bevor er war der Körper des Perlentauchers. Was weißt du über die Wächterstatuen? Nicht besonders viel. Die sind schon länger hier als ich. Und wenn ich genau hier rühre, kann ich sie manchmal mit Leuten reden hören. Ich wünsch dir, sie würden auch mal mit mir sprechen. Tschüss, Greifer. Wollte schon gehen, aber ich weiß noch viel mehr. Fragt einfach. Kommt zurück. Es war großartig, euch kennenzulernen. Lasst euch hören. Ihr seid mein bester Freund. Ach komm, wir können uns schon wieder unterhalten. Hier, komm her. Wie großartig. Könnt ihr euch vorstellen, Leib und Leben für bloßes Reichtum zu riskieren? Ernsthaft? Sie finden die absolut tollste Krabbe unter ihren Kindern über sowas? Ja. Tja. Was für ein Trottel. Warum sollte man den Tod für ein paar Pferlen herausfordern? Ähm. Er ist ein Risiko eingegangen. Ja. Aber was, wenn es funktioniert hätte? Er wäre der reichste Mann im ganzen Jahr geworden. Puh. Vorsichtig kühn. Puh. 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 Hm. Dann können wir ja eigentlich direkt mal hochladen zu den Starten. Ich glaub das bringt mir die XP nur mit den Typen zu quatschen. Hoffentlich. Ich bin gleich da. Ich muss nur einmal den Tod explodieren. Ach. Das wenn man so viel Parallel machen muss. Multitasking nennt man das. Ähm. Multitasking, ja. Und du weißt, dass das prinzipiell niemand kann. Ach komm, siehste. 36 XP dafür diesen Scheiß-Ons jetzt zu decken. Aber man kann es erlernen. So wie war denn das hier? Sag mal. Äh, das war hier so, dass das Level 10, keine Ahnung, die... Warte, wir können es ja kurz aus... Stimmt, da kam irgendwas raus dann, ne? Warte, wir können ja mal kurz gucken, welches Level die waren. Moment. Ups. Ah ja. Level 5. Den könnte man eventuell totkriegen. Warte, man möchte aber trotzdem gerne laden. Wir könnten ja vorher mit denen reden. Aber warum? Ja, weil die doch so viel schön... Die hatten noch was zu erzählen. Der Dialog der Schande. Na dann, mach mal. Wir müssen die ja nicht zwingend, äh... Das ist gleich befreien, ne? Das ist... Ich glaub, die haben sich auch gegenseitig befreit. Oder wie war das aber was? Diese komische Dämonen. Ich red noch mit der Richterstatue, mit der Luft. Hiya! Edles Wesen! Ihr seht aus, als könnt ihr jede Menge in die Lü... Jeden Moment in die Lüfte schwingen. Hört genau zu! Dann kann ich euch die Fähigkeit verleihen, wie ein Falke zu fliegen. Ihr könnt also sprechen, aber ihr könnt die Gabe... Aber ihr könnt die Gabe des Fliegens gewähren. Ihr habt gehört das hier schon... Äh, ja. Ich habe gehört, dass ihr diese Geschichte einem anderen Mann erzählt habt. Und er ist in einem Strand und hier in der Nähe in den Tod gesprungen. Oh! Ich sage so viele Dinge. Wer kann sich schon merken, welchen Narr, welchen Ratschlag gefolgt ist. Dieser Mann bat mich nicht, einen hieb- und stichfesten Schwur abzulegen. Aber für euch ist mein Versprechen an. Hieb- und stichfestfestesten. Ihr könnt also sprechen. Äh... Aber könnt ihr auch die Gabe des Fliegens gewähren? So sicher wie das Meer grün ist! Doch haltet still! Zuerst muss ich meinen Zauberaufspruch aufsagen. Pipitiu! Puppitiu! Buh! So! Der Zauber ist verbracht. Nur zu! Probiert eure neuen Kräfte aus! Vor euren ersten Flug empfehle ich euch einen steilen Felsversprung als Sprungbrett. Ich bin mal weg. Lebt wohl, oh Herr der Lüfte! Vergesst nicht! Am besten und am höchsten fliegt ihr, wenn ihr aus der Luft heraus abhebt. Je höher das Cliff, desto besser! Hehe! Ja. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich seh ich! Synchronboy. Geist der die Luft vernicht meine Feinde. Ja. Entschuldigung. Da gefällt es den Stört oder dem wird es auch gleich sein. Oh, das ist ziemlich pisst. Der niedere Luftdämon. Du bist gar nicht so sehr wie ein Luftdämon. Hahaha! Der war schick. Hahaha! Der hell ich ja gar nicht raus! Den machen wir kaputt! Den Burschen! Der kommt nicht mal dran jetzt! Was ist das hier? Was ist das hier? Ach. Aber was hast du dann? Hey, wie kostet das auf einmal so viele Aktionspunkte? Weiß ich nicht. Masse und du, Spasti! Was? Luftdämon. Guck mal, eine elegante Robe. Das ist was für mich. Ein alter Schlüssel. Loll! Ah, großartig! Ich wollte sie doch nur schon mal für dich identifizieren. Steine Topcourt hervor. Dö, wo ist nicht die Robe? Das ist die Robe? Hast du die doch wieder aufgehoben? Nein, nicht müsstest du die. Doch, ich hab die. Hä, was? Ja, ich hab die tatsächlich. Aber ich weiß nicht warum. Sie ist nicht in meinem Inventar gelandet. Und sie ist knapp. Wahrscheinlich, oder? Äh. Das hab ich nicht noch im Inventar. Ich guck gerade. Oh, ich sehe gerade das mal mit der anderen Wächterstatue. Ähm. Dapfarrer Ritter, ein Quellniger. Sagt mir, wollt ihr wissen, was die Zukunft für euch bereitet? Ihr sprecht, aber was tut ihr hier? Seht, ihr steckt ihr hier fest wie ein Krebs auf der Hülle der Zeit. Doch während mein Körper in diesem Gefängnis noch steigen fest sitzt, Wander meine Visionen frei umher. Möchtet ihr das Ende eurer Abenteuer sehen? Sterb ich ja. Nein, nicht jetzt. Pss. Nö. Einfach nein. Aber ich glaub nicht, dass wir... Warte mal, hab ich irgendwelche Erdmagie? Ähm. Ich hab auf jeden Fall eine Rolle. Irgendwas kann ich machen. Warte mal, vielleicht hat einer seiner Waffen halt einfach Erdmagie drinne. Ich hätte eine Seuchengranate, die ich draufwerfen könnte. Ähm. Ähm. Also ich könnte... Warte mal. Kannst du mir vorhin mal eine Heilung ballern? Du bist doch voll. Bitte, bitte. Bin ich gar nicht. Doch. 60 HP fehlen. Nicht in meiner Welt. Du hast einen absolut vollen Balken, ey. Dann hab ich einen Anzeigefehler. Ach, wer hätt's gedacht bei Divinity. Mensch. Mensch, ja. Ich glaub, die Spiele machen so viel Spaß. Wir können ja auch erstmal den Feuer- oder Wasserelementar befreien. Das wär auf jeden Fall einfacher. Do it. Hm. Muss auch nicht aufstellen. Ach. Funken stecken diesen Boden. Alter, wieso zündest du denn Ei dort an? Ich stand da halt doch rum. Jetzt ist es auch sauer. Oh, die salzige Luft auf meiner Zunge und die Sonne auf meinen Rücken. Und jetzt hab ich den Rest hier. Kann man ein besseres Leben führen? Keine Ahnung. Was wollte er? Aber wie hab ich die Dämonen hier stärker in Erinnerung? Wie größer? Ich irgendwie auch. Vielleicht haben sie doch am Balancing geschraubt. Niemand kann es mir sagen. Oh, wow. Die Fähigkeiten machen echt ziemlich ordentlichen Schaden. Ihr Lappen. Hat er gerade gesagt, ihr Lappen? Ne, hab ich gesagt, ihr Lappen. Guck mal, wie er blutet auf seinen Flügeln. Alles klar. Oh, er fangt. Gut, da muss man erstmal auf vier Runden abwarten. Guck mal, ein elfischer Wasserstab. Es gibt in dieser Welt Elfen. Gut zu wissen. Ich hab bis jetzt noch keinen gesehen. Ja, eben, ich auch nicht. Und ich will mal kurz so an Divinity zurückdenken. Äh, das andere Divinity, ich denke. Fällt mir auch gerade spontan. Oh, die Krankheit macht aber böse Schaden. Es ist, äh, die Bollenpest. Äh, ja, ohne Witz. Das, warum, äh, kann das halt... Du kannst übrigens noch mal, m, 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 war doch noch mal ein paar Punkte verteilen, ne? Scheiße, bin ich gespannt. Bist du doof? Wieso? Ich wollte mich heilen. Ja, aber das, 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 das müssen wir trotzdem genau so lange warten wie vorher. Das stimmt doch gar nicht. Du bist doch wieder voll, wegen deinem, äh, Blut absorbieren. Ne, eben nicht. 24 HP. Lalalalalalalala. Was soll ich jetzt machen? Kuchen essen? Ne, Wasser. Gegen. Na, ich hab nämlich nichts mehr zu essen im Inventar, um mich irgendwie hochzuheilen, um irgendwie Zeit zu sparen. Ach. Doch, du Kopfel. Du kannst da schon hin. Soll ich ne Eiskanal draufschmeißen? Was? Äh, warte mal, ne, 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 ne. Ich glaube, ich kann irgendwie durch ne Stab oder so kann ich Eissplitter. Hit the shit. Ja, ich muss jetzt die Fähigkeit suchen. Ja, genau. Das haben wir für die tollen Folgen. Weißt du, mit der Statue und so? Und in meiner Folge war es gestern so, dass ich die ganze Zeit einfach nur total versagt habe. Oder hier. Schau mal, da ist er. Okay. Endlich verschluckt auf meinen Schuppen. Jetzt wollen wir einmal diese langen versteinerten Gliedmaßen ausprobieren. Ja, genau. Die Dämonen sehen immer ziemlich cool aus in Divinity. Der Feuerdämon sagt echt geil los mit seinem Flügel. Der stimmt ja eher langweilig. Du stehst auch so auf Flügel und so einen Unsinn, ne? Ja, Flügel sind toll. Ich hasse sowas. Aber Kegoros mit Flügel sind doof aus, deswegen, äh, macht eine Ausnahme. Das stimmt. Aber ich find's übrigens toll, dass diese Dämonen nie drankommen. Oh, na jetzt vielleicht doch. Obwohl die, ähm, Eidrotter ist auch noch. Äh, Lilith. Wie sie? Du hast du, dass ich mit den Elektrostab als erstes angegriffen habe? So, lass mal ganz kurz warten wegen dem Abkling und so. Ne, du bist doch, äh, recht geschockt. Von der ganzen Angelegenheit hier. Oh, warte mal. Ich hab tatsächlich, äh... Ja? Was ist passiert? Ich kann tatsächlich, ähm, Madora doch einen, ähm, Punkt geben. Was geb ich hier denn? Konstitution? Ja, hier krieg ich Konstitution rein. Nee, nee. Erstmal Stärke. Stärke auf, ähm, 10. Du kannst dir theoretisch zwei Punkte geben. Wieso das? Naja, da waren zwei Punkte. Müsst du doch noch nach dem Boot verteilen können. Zumindest steht das für mich so ein Bild drin. Ja. Ja, sowas in der Art, ja. Sowas in der Art? Wöp. Warte, solchen Granate, äh, jetzt. Ich kenne einen anderen Erdzauber. Ah, na gut. Hui. Hat super funktioniert. Ähm, solchen Granate, jetzt. Was hast du denn davon? Wieso die auch noch anhebeln? Na gut, dass wir die sowieso nicht eingesetzt haben, weil die wahrscheinlich sowieso ganz doof ist. Okay, wir brauchen einen Erdzauber. Was haben wir denn beim letzten Mal? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Hast du noch eine solchen Granate? Solche Granate? Geil, das sah besser aus. Hätten übrigens mit dem Wächterstatus noch vorher reden können, ne? Mit der hab ich schon geredet. Achso, aber mit mir anderen meine ich. Aber, ähm, also die solchen Granate bringt nichts. Ich hätte noch einen Giftwolkenfeil, den könnte ich mal by Daughter geben. Nö. Ah, doch. Oh, doch. Meine Kletten sind gebrochen und meine Kräfte sind entfesselt. Ich bin das Seuchenelementar. Na, das ist ein Hydra-Erntelementar. Der ist doch dasselbe. Der auch, äh, irgendwie erstmal 50% HP schluckt, wenn man ihn einmal angreift. Tschüss du, Spaß. Oh, du. Vier. Äh, hm. Ich muss den noch nicht zwingend töten, oder? Das reicht ja, wenn du das machst. Oh. Ich hab mal wieder meine Syslord-Fähigkeiten entdeckt. Oh, ein Führer. Oh, du leckst gerade. Oh nein. Ist anyone home? Leck ich bei dir auch? Nein. Okay. Warum leck ich denn schon wieder? Habe ich schon wieder aus dem Bildschirmvertrauen angefangen? Nicht, dass ich wüsste. Wie hab ich denn jetzt diesen Stab eingesammelt? Ich raste aus. Inaktiver Hölzer. Was? 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 Oh nee, doch jetzt gehst du mir. Hast du jetzt den Zauberstab eingesammelt? Hast du jetzt den Zauberstab eingesammelt mit der da lag? Oder war ich das nicht? Ich finde den bloß nicht. Das ist nicht. Ja, ich finde den einfach nicht mehr doof. Ich hätte ganz gerne eine Heilung. Wann hast du denn schon wieder Schaden genommen? Warte. Durch den Blitz. Das ist, glaube ich, besser als... Das ist, glaube ich, ein Upgrade. Ein Upgrade! Endlich! Nice! Nee, doch nicht. Wollen wir die Hülle? Die Hülle der endlosen Verdammnis und des Todes? Hm... Ja, nein. Also, eins haben wir andere. Ich muss erstmal hier Gegenstände lesen und danach heilen. Also, erst heilen. Danke. Während das hier durchbrockt... Wollen wir... Ich glaube, deine Rüstung... Wir müssen nämlich hier nach... Können wir eigentlich mittlerweile selber reparieren? Ich glaube, ich hab Madora in die Richtung geskillt. Ich schau mal nach. Ja, schmieden kannst du. Sehr gut. Dann müssen wir nämlich gleich mal durchreppen. Weil ich müssen mich aufhören, dass mit meinem Metall hier alles kaputt ist. Hey, ich kenn das Feuerball. Cool. So, dann lass uns hier mal mit Dings reden. Hier wäre auch mal hier in der Hülle eigentlich wahr. Ich hab's schon mal vergessen. Hey, halt! Halt! Stopp! Warte, ich komm mal. Achso. Das ist eine Ratte. Los! Wo ist sie denn? Ratte. Die sind immer so klein. Äh, ich hasse Krampf. Sie würden jede Muschel am Strand fressen, wenn sie die in ihre Seite zum kleinen Mäuler kriegen würden. Das ist ja ein toller Dialog. Ja. Auf Ratten ist immer Verlass. Ach ja, ich erinnere mich. Ich weiß, wer hier war. Ach, hier waren ja gleich mehrere. Ach so, die Bella... Ach ja, die Typen. Ja, ja, doch. Belliger selbst war hier? Wow. Ich rede doch mal mit ihm. Hallo, Belliger. Seid gelobt, ihr Gottleichen. Das Dunkel muss dem Licht weichen. Dieser Höhle so klein, wie bestimmt war mein Grab zu sein. Weiter. Oh, schönes Mädchen, mein Edelstein. Ihr Bella Garetten sollt ihr sein. Bleibt hier, lasst mich nicht allein. Ich verspreche, ich werde es niemals bereuen. Wer genau seid ihr? Oh, unschuldig, Stavivis. Ich bin Belliger. Der größte Magi, der es gibt weit und nah. Alle Zauber sprüche der Welt. Ich beherrsche sie, wie es mir gefällt. Ich reime und zauber, ohne zu fragen. Die Welt ist mein Spielplatz und ich hab das Sagen. Ihr wollt, dass ich zu einer Bella Garetten werde? Jawohl, eine Bella Garetten. Eine Frau, die, begünstigt vom Glück, ihren Kopf für einen kurzen Augenblick an meine liebende Brust darf, geschmiedet, mir zu bewundern, zu Füßen gelegt hat. Euch gehöre ich für immer ergeben. Weichste Seide soll ich stets umweben. Euch lege ich die Welt der Wunde zu Füßen. Belligers Leidenschaft soll ewig ihr genießen. Klingt aufregend. Ich bin dabei. Warte. Oh, liebste Jungfrau, du bist die meine. Ich schenke dir meine tausend Edelsteine. Meine Liebe, meine Lust sind vorteilend dahin. Denn eine Bella Garetten wirst du von nur an sein. Warum soll diese Hülle durch, frage ich mich, denn euer Grab sein? Wie wunderlich. Die Launen der Jugend, oh ja, sie brachte mich her. Dämonen wollte ich lenken, doch mir selbst aufgebunden habe ich den Bär. Denn damals, so war es in dieser Zeit, wollte ich nur Maxus Aufmerksamkeit. Ich rief die Teufel, ein Quarett aus Dämonen. Doch meistens konnte ich sie nicht, ihre bedrohliche Aktionen. Den Tod war ich nahe, hätte ich es nicht geschafft. Maxus rief ich mit allerletzter Kraft. Er rettet mein Leben, seine Hilfe war magisch und dennoch war das Ende leider sehr tragisch. Er sperrte mich hier ein für meine schlimmste Betragung und beschwor, dass ich kein anderer Retter wert habe als ein Meister voller Mut und List, der mein Vergegen gewachsen ist. Die Dämonen haben meinen Kerker bewacht, doch zu guter Letzt ist ein Held erwacht. Also dank alter Akkupan, dass ihr mich gefunden habt. Nun entschuldigt mich, ich muss die Welt erkunden. Ähm, ich kann nicht mehr mit ihnen handeln. Wer ist dieser Maxus, den ihr erwähnt? Ihr kennt nicht den König der Zauberer und Hexen? Den treuen Gefährten der feurigen Echsen? Einen Jetpack, der er den Drachenkommandanten gab? Ja, ich sag's frei wie ich mag. Ein Imperium, dieser zudem begamten, bekam? Ein großer Vorsprung, haltet euch ran! Also eilt zu einem Laden und betrachtet genau den Drachenkommandanten, welcher eine Schau. Wie lange seid ihr schon hier drin gefangen? Wer zählt die Jahrhunderte, die ich gefangen bin? Dieses Gefängnis ist gar nicht so schlimm. In meinen Träumen habe ich Universen bereist, da Königreich und Galaxien in meiner Welt geist. Zudem habe ich Belagaretten ersonnen, die schönsten Damen, die ein Mann kann bekommen. Ihr habt die Dämonen besiegt, um mich zu erlösen. Doch war ich noch nie ein unfreies Wesen. Und ebenfalls bald auch euch. Doch verabschiedet ihr euch nicht. Ich gehe in die Wildnis und zwischen Tätern und Fichten sehen wir uns vielleicht wieder mit neuen Geschichten. Ich will jetzt los, will nicht hier überwintern. Also los, meine Hübschen, bewegt euren Hintern. Nein, nein, warte. Ach gut, ich konnte noch schnell anquatschen. Warte mal, wer genau seid ihr? Ich will nämlich auch eine Bällegrätte werden. Also diese Hüde, weiter, 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 Maxus, weiter, weiter, langseitig schon hier drinnen, weiter. Oh Gott, ich kann keine Bällegrätte werden. Aber ich kann mit ihm handeln. Du kannst mit ihm handeln. Hat er auch irgendwas tolles? Ich gucke. Ich werde auf jeden Fall die ganzen Schund verkaufen, den ich habe. Ich habe sicherlich auch noch Schund, wenn er so viel Geld hat. Ich habe noch ein bisschen was. Ich schiebe dir mal ein bisschen was rüber hier. Erstmal weg mit dem ganzen Unrat hier. Und mein unterleveliges Zeug hier. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Reicht das? Ernsthaft, das war es? Kein grünes Zeug oder sowas? Äh, ich habe noch mehr. Ich habe schon noch diese tolle Robe des Läufers. Und dort mal... Wo ist noch hier noch schönes Oli? Äh... Hä, ich habe ja jetzt größtenteils den ganzen Mist hier, wie man aufgesammelt habe. Das ist das... Hau doch rein. Gebe ich dir gerade. Du trat, na. Äh, warte. Äh, okay, okay. Doch nicht so viel, wie ich dachte. Ah doch, hier habe ich noch was. Hier habe ich noch eine Crab-Armbrust. Noch ein Crab-Bogen. Eine Zweihand-Axt. Einen Bogen. Eine elegante Leder-Rüstung. Das hört er ja nicht auf hier. Jetzt warst es aber. Was er hat... Was hat er noch schönes im Angebot? Ich gucke gerade. Ein schickes Zweihandschwert. Oh, schick soll es sein. Du leckst schon wieder, Alter. Mano, warum? Ich weiß es nicht. Ich blamiere Skype. Oh. Sehr gut. Wenn mich Skype nachher fragt und über die Gesprächsqualität, dann... Zum Kotzen. Dann raste ich aus. Ich überlege das Zweihandschwert hier zu klauen. Äh, zu... Zu klauen. Zu schnappen. Warte mal. Vielleicht kann ich das vergleichen. Ist das besser als das von Madora? Oh, ja. Deutlich. Ja. Warte. Schufpalfser. Verteidigungswert. Oh. Das ist natürlich geil. Jawoll. Das nehme ich einmal mit. Sonst noch irgendwas Schickes. Hm. Eigentlich nicht. Also zumindest nicht... Nichts absolut außergewöhnliches jetzt. Nicht. Ne. Goldausgleich. Tschüss. Ende. Mach's dir heute, Spassi. Mechle. Äh. Uuh. Obeliga, wie sehr ich euch bewundere. Hat er sich die aus dünner Luft erschaffen? Hm. Ah, guck mal, wir können, eh, hier können auch Beschwerung des untoten Kriegers... Kann dann so ein langsamer Strom. Äh. Donnersprung, den können wir schon alle... Resistenz verringern... Resistenz verringern wäre sicherlich richtig cool, wenn es nicht nur eine Schrift... Guck mal, der hat doch eine Schriftrolle der Wiederbelebung. Warum hast du die nicht gekauft? Die habe ich nicht gesehen. Was sagt denn die Zeit überhaupt? Zeit sagt 19 Minuten 35 So Sag ich noch bei Belly gar noch mal eben Ich bin nun mal weg Ja, schön Füße Belly gar Das ist ja fies von dir Tschüss Belly Auf bald Dafür dass die hier eigentlich quasi einen relativ kleinen Raum mit dem mit dem zusammen sind Dann auch krass von denen zu träumen Also die Sehnsucht kann dann nicht so groß sein So aus 5 Meter entfernen Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt In der Stadt Susail oder wo immer wir landen werden Wahrscheinlich in Susail Macht's bis zum nächsten Mal, wir wünschen euch was, tschüss Ich nicht, nein doch ich auch Tschüssi